Sie möchten im Rahmen der beruflichen Grundbildung für Erwachsene den allgemeinbildenden Unterricht vor- bzw. nachholen? Oder interessieren Sie sich aus persönlichen Gründen für einzelne Module? Mobilität und Migration, Volkswirtschaft und Geld, Betriebswirtschaft und Arbeit, Wohnen und Finanzen, Zusammenleben und Steuern, Versichern und Vorsorgen, Globalisierung und Völkerrecht, politische Rechte? Dann ist die modulare Ausbildung genau das Richtige für Sie. Acht Stunden Präsenzunterricht, je Modul an unserer Schule. Zwölf Stunden Online-Veranstaltung mit der Gruppe und der Lehrperson von zu Hause aus. Und zwölf Stunden Selbststudium, je Modul zu Hause. Zum Abschluss werden alle Module mit Prüfungen abgeschlossen. Möchten Sie durchstarten und mehr über die Allgemeinbildung in der beruflichen Grundbildung für Erwachsene erfahren? Besuchen Sie uns unter www.bbz-ow.ch Ja! Bis zum nächsten Mal.